Hallo meine Lieben, letztens habe ich ein Video gedreht, wo ich euch gesagt habe, was ich für Kulturschocks als Deutsche in den USA erlebt habe und heute drehen wir die Geschichte einfach mal um und zwar Kulturschocks, die ich als Deutsche, nachdem ich also schon mehrere Jahre in Amerika gelebt habe, erlebt habe, als ich Deutschland besucht habe und das letzte Mal, dass wir in Deutschland waren, ist schon wieder ganz schön lange her. Das war im Jahr 2012, wir alle drei waren, also in Berlin und in ein paar anderen Städten und da haben wir so einige Sachen erlebt, die uns erstaunt haben. Nummer 1, wir haben also einen Mietwagen, natürlich BMW, mein Mann steht ja immer auf BMW und hat auch Spaß gemacht, dieses Auto zu fahren. Was seltsam war, jedes Mal, wenn wir an der Ampel standen, ging der Motor aus. Wir haben die Welt nicht verstanden, das Auto muss kaputt sein. Wir erzählen die Geschichte abends meiner Freundin, bei der wir gewohnt haben und da lacht sie schallend und sagt, das ist die Start-Stop-Automatik, die eben existiert, damit der Umwelt geholfen wird und der Motor nicht die ganze Zeit läuft. Also da mussten wir doch ganz schön lachen, das haben wir noch nie erlebt und ich glaube, das existiert in Amerika auch überhaupt nicht. Das war also mir und meinem Mann überhaupt nicht bewusst, dass so eine Technik überhaupt schon existiert. Würde mich sehr interessieren, hat euer Auto auch diese Start-Stop-Automatik? Ist das bei allen Autos inzwischen so? Ich kann es nicht sagen, lass es mich wissen. Das war ja immerhin auch schon im Jahr 2012 so. Nummer zwei, irgendwie habe ich gedacht aus meiner Erinnerung, dass alle Taxis in Deutschland Mercedes sind, dass es immer ein wirklich gutes Auto ist. Und da war ich doch erstaunt zu sehen, wie viele verschiedene Marken inzwischen auf der Straße Taxis sind und dass es eben nicht nur Mercedes ist und auch alle Größen, kleine Autos, große Autos. Das fand ich schon interessant, wie sich das verändert hat. Nummer drei, Eintrittsgelder in Deutschland sind so günstig, das waren wir überhaupt nicht mehr gewohnt. Wir sind gewohnt, hier also horrende Eintrittsgelder zu bezahlen. Wir waren letztens im Aquarium in Atlanta. Das kostet 40 Dollar Eintritt. Oder wir waren letztens in Asheville und haben uns das Bildmoor angeschaut. Das ist quasi eine Art Schloss. Und da kostet Eintritt 60 Dollar. Also horrende Eintrittsgelder unter 25 Dollar kommst du eigentlich fast nirgendwo rein. Und auf einmal sehen wir, in Berlin gibt es doch tatsächlich die Möglichkeit für 5 Dollar oder Dollar, für 5 Euro oder 2,50 Euro. Da habe ich gedacht, Mensch ist das alles günstig. Und habe mich da gefühlt wie Größes, also echt toll, wie günstig Eintrittsgelder zu allen möglichen Sachen sind. Also 10 Euro ist ja direkt schon teuer. Das hat Spaß gemacht. Nummer vier, sowas habe ich in Amerika in vielen Jahren nicht gesehen. Und was sehen wir da in Berlin? Männer pinkeln an den Baum. Ja, also wenn also einige Leute abends ein wenig tiefer ins Glas schauen und nicht mehr wissen, wohin, dann wird sich da einfach an den Baum gestellt. Und sowas fand ich schon echt einen Kulturschock zu sehen. Also nicht so eine schöne Angelegenheit. Eigentlich möchte ich keine Männer sehen, die an einen Baum pinkeln. Nummer fünf, wir mussten dann einmal mit der U-Bahn irgendwo hinfahren. Und das war so kompliziert, obwohl ich 30 Jahre lang in Berlin gewohnt habe. Ich konnte mich kaum zurechtfinden. Irgendwie wurde Berlin anscheinend in irgendwelche Zonen eingeteilt. Und man musste dann wissen, welche Zone man befährt, um eben zu wissen, was für eine Art von Ticket man kaufen muss. Und ja, ich als Berlinerin konnte also nur wenige Jahre später kaum noch ein Ticket ziehen, ohne da stundenlang durchzulesen, welches Ticket jetzt das richtige für mich ist. Und das fand ich doch echt kompliziert. Und gerade in Berlin, wo ja viele Touristen sind, sollte das nicht so kompliziert sein, meiner Meinung nach. Nummer sechs, wir gehen also zusammen mit meinem Sohn und meiner Freundin und ihrem Mann und ihrem Sohn spazieren an einem See in Berlin. Und es war ein relativ kühler Sommertag. Nicht sehr warm, vielleicht 17 oder 18 Grad. Wir haben sogar leichte Jacken angehabt. Und da kommt dann so ein Mann vor uns, wir sehen ihn, der zieht sich aus, komplett nackt und geht schwimmen. Wahrscheinlich eine Sache, wo ihr jetzt denkt, und wo ist die Pointe? Die Sache ist die, dass es für uns völlig ungewohnt war, dass ein Mann sich komplett splitterfasernackt vor uns entblößt und dann einfach schwimmen geht. Mein Sohn hat sowas in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Der war ja ein Jahr alt, als wir ausgewandert sind. Und der hat mich angeguckt, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Und ich konnte wirklich nur lachen und habe ihm eben erklärt, dass sowas normal in Deutschland ist. Nummer sieben, wir haben mehrere Frauenparkplätze gesehen. Also Parkplätze nur für Frauen. Es ist mir nicht bekannt, ob es sowas in Amerika gibt. Falls ihr davon wisst, lasst es mich wissen, wo genau solche Frauenparkplätze sind. Aber ich habe solche Frauenparkplätze noch nicht gesehen. Fand ich sehr interessant, aber grundsätzlich muss ich auch sagen, dass zumindest in Florida und in Georgia, in vielen anderen Staaten bestimmt auch, dass es immer so viele Parkplätze gibt, dass es wahrscheinlich nicht notwendig ist, während wahrscheinlich in Deutschland in vielen Orten nicht so viele Parkmöglichkeiten existieren. Also ich habe im Grunde noch nie Probleme gehabt, irgendwo zu parken, weil einfach die Anzahl an Parkplätzen enorm ist. Das kann natürlich wieder anders sein in Großstädten wie New York City. Aber selbst hier in Atlanta gibt es eigentlich immer genügend Parkplatzmöglichkeiten. Aber ja, ich fand das schon sehr interessant, dass es Frauenparkplätze gibt. Wie findet ihr das? Nummer acht und dann etwas, was uns sehr erstaunt hat, ist Raucherkabinen zu sehen. Das war also in so einem Einkaufszentrum auch in Berlin. Und das stelle ich mir ja ganz schön eklig vor, als Raucher da reinzugehen. Das sieht ja aus wie so eine Telefonzelle. Da reinzugehen und da drin zu rauchen. Was passiert denn eigentlich mit dem Rauch? Steht man da total in dem Rauch? Ich habe niemanden gesehen, der da reingegangen ist und das genutzt hätte. Aber da dachte ich auch so, naja, wahrscheinlich besser, dass ein Raucher da reingeht, als eben seinen Qualm in dem Einkaufszentrum rauszulassen. Aber seltsam fand ich das schon. Habt ihr schon mal so eine Raucherkabine benutzt? Erklärt mir mal, wie das abläuft. Nummer neun. Wow, habe ich viele Fahrräder gesehen. Ich bin ja selber immer Fahrrad gefahren in Berlin und fand das auch immer toll und vermisse das auch eigentlich. Aber das scheint sich ja verzehnfacht zu haben. Also so viele Fahrräder. Wow. In Berlin vor dem Einkaufszentrum auch. Also ich würde mal sagen, locker 300 Fahrräder standen davor. Da muss man ja Angst haben, wenn man sein Fahrrad sucht, dass man das auch findet. Fand ich krass, aber toll für die Umwelt. Nummer zehn. Wir hatten uns also schon echt daran gewöhnt, dass es immer umsonst Refill gibt, also für Getränke im Restaurant. Und dann bekommen wir da auf einmal in Deutschland im Restaurant diese kleinen Mini-Gläser an Cola oder so eine kleine Mini-Flasche an Selda. Da habe ich echt gedacht, Mensch, ich bin durstig. Ich brauche mindestens drei davon. Und viel teurer sind die Getränke ja auch. Da fand ich dann schon, oh, das finde ich aber schon besser in Amerika, dass ich da also so viel, wie ich will, trinken kann und nur einmal bezahlen muss. Und Nummer elf. Der Sohn meiner Freundin spielt Handball. Und da haben wir gedacht, wir schauen ihm mal zu dabei. Und dann haben wir ihn besucht. Und da haben die Jungs sich also umgezogen. Und da sind wir so durchgegangen durch die Umziehkabinen quasi, wo die Jungs sich umgezogen haben und da ist einem Jungen etwas runtergefallen und dann hat er ganz laut gerufen, scheiße. Und, ach so, ja, da denkt ihr jetzt wahrscheinlich auch, und die Sache ist die, dass es eigentlich nicht so sehr in der Öffentlichkeit gemacht wird. Natürlich gibt es Amerikaner, die fluchen und so eine Wortwahl benutzen. Aber so häufig hört man das nicht, vor allen Dingen nicht Mütter mit Kindern, weil das eigentlich schon eher verpönt ist, so solche Worte zu benutzen. Und da hat mein Sohn sich gar nicht mehr einkriegen können, weil wir waren ja quasi in einem Schulgelände, also eine Turnhalle und dazu die Umziehkabinen. Und also mein Sohn würde eben so ein Wort nicht benutzen in der Schule. Und da hat er mich auch sprachlos angeguckt, so, von wegen passiert denn jetzt nicht irgendwas diesem Kind, dass er das gesagt hat? Es war also eher ein Kulturschock für meinen Sohn als für mich. Und Nummer zwölf, das ist mir doch schon aufgefallen und zwar, wir haben ja viele Leute besucht, wir haben bei meiner Freundin gelebt, wir haben ganz viele Freunde besucht, wir waren bei so vielen Leuten und also durchweg bei der Mehrheit, möchte ich sagen, waren die Betten nicht gemacht. Und das fiel mir doch extrem auf. Und das habe ich in Amerika noch nicht gesehen, dass Leute ihr Bett nicht machen. Auch gerade, wenn man zum allerersten Mal jemanden besucht und man bekommt quasi eine kleine Tour, wie das Haus aussieht und dann ist noch nicht mal das Bett gemacht. Also da dachte ich schon, oh, das finde ich schon äußerst seltsam. Also wenn ich jemanden zum ersten Mal einlade, der sich dann mein Haus ansieht, dann mache ich doch das Bett. Also ich mache eigentlich sowieso immer das Bett. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, in Deutschland bin ich der Meinung, habe ich auch immer das Bett gemacht. Oder habe ich es nicht gemacht? Macht ihr immer eure Betten oder nicht? Also ich fand das schon erstaunlich. Das schien mir also wirklich die Mehrheit nicht ihre Betten zu machen. Nummer 13, wir waren auch nicht mehr gewohnt, wie klitzeklein so eine 1 Liter Flasche von einem Saft ist. Und als wir gefrühstückt haben, mein Sohn hat zu dem Zeitpunkt damals gerne Apfelsaft getrunken und wir diese kleine, süße 1 Liter Packung Apfelsaft hatten, haben wir gedacht, oh Gott, das haben wir ja an einem Frühstück schnell weggetrunken. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man Saft und solche Sachen in so großen Packungen kauft wie hier, also häufig eine Galone oder eine halbe Galone, dass man tatsächlich auch mehr davon trinkt. Man ist also mehr verschwenderisch, weil es so aussieht, als hätte man so viel davon. Während in Deutschland also die Saftflaschen so klein sind, dass man das richtig merkt, wenn man das quasi leer getrunken hat. Und wir empfanden das eben als mickrig klein. Also so eine 1 Liter Flasche habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Und das Letzte auf dem Weg zu meiner Oma war also tatsächlich so eine Autobahn, von dem die Amerikaner ja auch immer schwärmen, wo man also so schnell fahren durfte, wie man wollte. Und da sind wir also nach Jahren das erste Mal wieder 210 gefahren. Und da war ich auch ganz aufgeregt, habe ich auch ein Foto von gemacht. Und das fand ich echt, wow, war das schnell. Das hat Spaß gemacht, war aber auch irgendwie beängstigend, denn so schnell fahren war ich nicht mehr gewohnt. Mein Mann hat es Spaß gemacht, mein Sohn fand es auch super toll. So eine schnelle Autobahn haben wir hier in Amerika natürlich nicht. Das war's. Das waren meine Kulturschocks. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn es so war, dann gebt mir doch bitte einen Thumbs-up. Und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt und euch interessiert das Leben in Amerika, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ich bin übrigens auch neuerdings ganz aktiv auf Instagram, habe extra einen neuen deutschen Account angelegt für euch. Und da könnt ihr dann auch so kleine Sachen sehen, die ich so täglich mache in meiner Insta-Story. Wenn ihr gerne gegrüßt werden wollt in meinem nächsten Video, dann müsst ihr unten in den Kommentaren mit dem Hashtag SissiDieAuswanderin mir mitteilen, ob ihr jeden Tag euer Bett macht. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Sissi. Tschüss. Tja aus. Tschüss, tja aus. ich lieben. Tschüss, tja aus. Tja aus. Tja aus. Bis zum nächsten Mal.